hallöchen nur mal ganz kurz ich weiß nicht ob das kurz wird kennt mich ihr kennt ja das ding hier das ist ja dieses imax b6 dieses klon ding wo ich ja mal gesagt vielleicht sponsert mir ja einer mal neues weil ich brüchte mal neues hat ja keine getan ist ja auch nicht so schlimm pack ich das mal weg und hol mal was das ist mein ersatz könnte hier sehen v charge 460 von volt kraft der hier ja eben war lose egal ist nur ein aufkleber steht auch drauf volt kraft input output charging power 60 watt discharge power 5 watt das ding funktioniert ich glaube ihr habt gerade schon was gesehen batterie anschluss ist ein xt 60 der balancing anschluss ist hier irgendein eine art stiftleiste power input ist holstecker kennt man ja temperaturanschluss und hier steht pc link so wie ich das aber verstanden habe ist dieser pc link usb was ich mir nicht vorstellen kann höchstens xtx im lieferumfang ist eigentlich nichts großartiges bei ich zeige euch mal kurz wie wie das ankam ich habe schon was fertig gelötet für mich damit ich das schon mal nutzen kann und testen kann ich erkläre ich das aber gleich noch mal so bin ich wieder da geliefert wird das ding mit dem holstecker aber nicht mit den zwei steckern sondern in einem durch verbunden mit krokoklemme dran das ist alles damit ich das strom rein krieg ich habe mir noch xt 60 steckerbuchsen besorgt um das zu nutzen und habe hier ein so ein ding angelötet habe auch für mein netzteil für mein universal netzteil da hatte ich ja auf der seite die bananen stecker auf der seite habe ich jetzt die xt 60 stecker oder was es hier ist dran und hatte ja diese zwei klemmen das habe ich ja auch erst zusammengelötet habe ich jetzt steckbar gemacht und jetzt habe ich das so gemacht dass ich an dieser leitung für mein universal netzteil eine sonne buchse hat denn diesen diese holstecker dass ich das strom rein krieg oder ich kann auch an das universal netzteil wie den krokoklemm nutzen weil meine alten die waren total hinüber oder hauch auch auch das hier beziehungsweise ich kann die beiden auch hier dran nutzen habe ich mir extra so gemacht und ich habe schon damit rumgespielt ich mache gleich mal strom rein dann könnt ihr da mal reingucken zeige ich euch mal kurz was ist eigentlich standard balancing also charging sowie das imax p6 ist eigentlich standard aber da ist noch ein bisschen was mehr drin zeige ich euch gleich mal so habe ich das ding an die balance ist klar also ich kann jetzt erst mal an batterie programm lipo lithium eisen die zu million und lithium hv die zum hv sind die 3,8 volt die hatte ich bisher nie das sind die neuen akkus die 3,8 volt haben und nicht 3,7 volt die haben dann 34,3 4,4 volt endladespannung weiß ich jetzt nicht nickel metall hydride ist klar nickel cadmium bleibatterien bis 20 volt glaube ich 20 volt ich glaube maximum 25 volt dann und ein dj dj mavic batterie das ist irgendwie so ein video equipment oder so was ich weiß es jetzt nicht habe mal gegoogelt das ist irgendwie so eine spezielle batterie für irgendeinen dings wattmeter da kann ich dann wenn ich jetzt mal so ein akku da anschließe gucken was die spannungen sind main voltage wäre hier an der seite hallo weiß ich jetzt nicht batterie resistenz kann ich auch messen keine batterie gefunden system settings ist klar input low 10 volt für akku wenn man da auch ein akku anschließt habe ich auf kapazität cut off auch aus temperatur temperatur unit ist klar externe temperatur interne temperatur reset time ist klar sensitiv also wenn ich jetzt nickel metall hydride der schaltet kurz ab und guckt wie weit die spannung zusammen bricht von dem akku wenn ihr jetzt 15 millivolt ab fällt nur in dem kurzen moment ist sie voll ich kann es aber auch im top 34 millivolt ich lass mal 4 millivolt ich weiß es jetzt nicht nickel cadmium genauso beeper an hardware version software version und also was aber ich klemm mal ein ein akku mal kurz dran und dann zeige ich euch mal den dass er das auch messen kann so ich habe jetzt hier mal einen akku angeklemmt den hatte ich auch schon mal ein bisschen geladen der liegt jetzt bei 4 volt kann ich jetzt auch noch mal zeigen main voltage 4 volt batterieresistenz 80 millivolt wie genau er das misst weiß ich nicht aber sagt er so ähm es gibt noch ein batterienmemory eins dann kann ich das ähm ähm also egal nicht zu millionen 3,7 volt 400 oh ma 400 die zum po xi mehr und dann lädt er das Ding aber es gibt hier eine Sache ich weiß nicht, ob ich das nachher nochmal reinkriege kann ich nachher gleich mal mit dem Dings machen, dann könnt ihr das vielleicht mal hören da werde ich nachher mal reingucken und gucken, ob ich das ändern kann ich habe hier einen Nickel-Metall-Hydrit-Akku den will ich mal kurz anklemmen jetzt lädt das Ding ich melde mich also gleich nochmal wieder ich klemm den mal an und zeige euch mal was ich meine so, das Schöne ist das geht relativ schnell mit den Steckern cycle charge ich hoffe es kommt gleich ich haue ihn jetzt mit zweieinhalb Ampere mal gucken, ob da was kommt im Moment ist das Ding relativ ruhig es dauert jetzt leider eine Weile das dauert wieder typisch, wenn man ein Video machen will dann kommt das nicht mal so rum mal so rum typisch, wenn man hier ein Video macht und das zeigen will ich werde das jetzt mal beschleunigen und wenn es dann soweit ist, mache ich dann nochmal an ich glaube das andere habe ich jetzt rausgetippt rausgeschnitten ähm das ist aber interne Temperatur 37 Grad da müsste ich jetzt langsam mal anfangen 38 Grad das ist mir immer typisch typisch, wenn man ein Video machen will und das zeigen will dann kommt das nicht jetzt und das zeigt alles das ist mir einfach das ding hat einen lüfter der ist pbm gesteuert der fährt richtig hoch ich packe das mal das war gestern auf der tasse stehen und das war dermaßen laut das aber so schon ganz schön laut und nervig und er pustet hier raus so wie ich es merke ja hier kommt nix er zieht luft durch gerät durch und pustet raus ich werde das nachher mal aufschrauben und nach innen rein durch pusten lassen und jetzt ganz schön lauter lüfter so mal gucken ob er das jetzt heruntergekühlt kriegt wir hatten hier ungefähr 25 grad sagte er mir ich glaube man sieht es schon der geht mit der temperatur so langsam runter und er macht wirklich kracht der lüfter lüfter gut ich werde mal den lüfter umdrehen wenn das geht ich schraube es erstmal auf ich habe es auch noch nicht gesehen klar ist klar dass hier das ding lüfter braucht weil es komplett aus kunststoff hat kein heating nichts das hat das andere was ich hier habe das imx b6 hat ja metallplatte das kann ja besser kühlen aber ich lasse ihn jetzt mal einmal runter lüften und dann schraube ich es auf und dann zeige ich es euch mal von innen dann bin ich wieder zurück also was ihr machen müsst ist die vier gummi füße weg und die vier schrauben raus und dann kann man das ganze ding schon mal aufmachen und hier sitzt ja keine mini lüfter ich habe jetzt kann man die reinge guckt ich hole das mal kurz aus aus dem ding raus moment so jetzt ist das ding draußen es hat jedoch ein heat sink aber recht klein und ja der ist noch warm so wie rum pustet der lüfter das feuchtigkeit öl eine anzeige drauf müsste ich jetzt noch mal strom dran machen und gucken also es unterscheidet sich hier kaum von dem imx b6 das müsste programmier sockel sein sagen wir doch ein chip kann man das erkennen kann ich nicht sehen ich muss mal gucken moment okay also haben wir geguckt also da steht irgendwie was mit mega wenn drauf keine ahnung weiß ich nicht also ich habe auch im internet nicht viel gefunden wie man das ding kalibrieren könnte das imx b6 das originale von skyrc das könnte ich sogar kalibrieren mit tastenkombination das kann ich hier nicht das weiß ich nicht war der lüfter so rum oder nicht ich probiere das mal aus wie rum der pustet lüftet ich gucke mal wie wieder da sitzt ich gucke gleich nochmal nach ich melde mich gleich so wenn ich ihn reinstecke schon mal den strom ich versuche es mal mit hinzukriegen dann läuft der lüfter an so dann weiß ich schon mal dass ich ihn so rum dass er die luft unten durch pustet der war wirklich andersrum so ich baue das mal wieder zusammen das sollte dann soweit passen werde dann nochmal den akku dran hängen den nickelmetall hydrid und mal laden und dann mal gucken ob er schneller kühlt oder nicht so schnell kühlt ich muss es ja ausprobieren also ich melde mich dann gleich wieder wenn es soweit ist so ich habe jetzt schon mal den akku dran mit 6 ampere liter wieder jetzt sind wir hier bei 30 grad also muss ich so ähm da ist schon 22 sekunden dabei 31 grad wir gucken mal ähm müsste so bei 38 grad ungefähr müsste er angehen eventuell aber machen möchten möchten tue ich jetzt nicht den eigentlich auf einen größeren metall kühlkörper schrauben der mehr metall hat dann kühlt er ja besser so wie ich das gesehen habe ist da nur ein ähm mosfet drauf und zwei dioden oder sowas mal gucken 37 grad 38 grad 39 40 40 das ist jetzt aber auch nicht gut für den akku 40 40 42 42 43 Das ist aber immer noch laut. Aber nicht mehr ganz so laut wie vorher. Andere Frequenz, ja. No. Noch schneller. Ich muss mal kurz was gucken. Moment. Also ich hab eben mal geguckt, also die Luft kommt schon ordentlich warm raus. Ich hab das jetzt mal abgebrochen. Mal gucken, ob der jetzt schneller runter kühlt oder nicht. Mal gucken. Mal gucken. kühlt zwar schnell ja nicht schneller runter weil kühlt runter ja ist er jetzt schon auf 40 grad ich werde das mal beobachten weil das jetzt auf eine recht schnelle umdrehungszahl gesprungen also recht schnell geworden der lüfter habe ich ihn nur auf 2 ampere laden wir wissen ob er jetzt noch weiter runter kühlt oder weil er ist da eigentlich immer ausgegangen kurz und dann ist er wieder angegangen nach einer knappen halben minute oder minute jetzt ist er aus bin ich mal gespannt jetzt ist er bei 38 lädt mit 2 ampere sonst muss ich da mal wirklich eine modifikation machen und einen größeren lüfter unten runter schrauben oder einen größeren kühlkörper muss ich mal gucken weil das geht er ja nur wirklich schon auf die ketten da mit dem riesen lüfter jetzt wieder auf 39 also mit diesem lauten lüfter nicht riesen lüfter ich habe jetzt aber auch kein pin out gefunden von dem externen temperatursensor von dem pc anschluss da ich habe keinen ich habe nicht mal einen zeitplan von dem teil gefunden von dem imax b6 da gibt es eigentlich zu ziemlich alles drüber mal gucken ob er das jetzt hier macht oder nicht 40 grad handy das ist ein knapper 4000 milliampere akku glaub ich was steht hier 3500 schon drei minuten dabei ok jetzt ist er an der läuft jetzt aber nicht so schnell wie vorher jetzt hat er den höher gesetzt ich glaube jetzt auch noch mal so ein bisschen jetzt auch noch mal er fällt ihn hoch der war schon schneller laut ist er trotzdem hat er es geht eigentlich gut das wäre sonst so dass hier über das ladegerät ich weiß nicht ob ich das hier irgendwie wieder raus kriegt keine ahnung was wäre das jetzt über das ladegerät jetzt konnte das display nicht sehen jetzt aber wollte ich noch mal zeigen und was das ding hat was mir handy was man halt gestört hat ist dass ich hierfür kein anschluss habe somit kroko klemmen zum beispiel das hätten sie mal rein machen können einen guten stromkabel anschluss ja gut und schön ich kann das ding mit mit kroko klemmen keinen 12 volt akku an klemmen oder sowas geht ja aber ich kann da nicht akkus laden und entladen je nachdem die ganzen akkutypen wieder zu allen drin sind da muss ich dann wirklich extern oder extra noch ein xt 60 stecker kaufen das finde ich nicht so schön gut weil sie nicht gekostet hat das ding weiß ich jetzt nicht gerade bei stop 18 euro keine ahnung ich verlinke es bei amazon sowieso ist habe ich über amazon gekauft kommt aber über konrad elektronik das wird da auch genauso teuer verkauft ich habe bloß eben bei amazon weil ich noch mehr bestellt hatte versandkosten frei das war schon mal schön sonst hätte ich bei konrad noch mal 7 euro schieß mich tot versandkosten zahlen müssen extra wenn ich das jetzt da direkt geholt hätte egal aber ich kann ja eine rezension schreiben gerät ist okay lüfter ist nervig lieferumfang da war noch nicht ist noch eine cd bei mit der bedienungsanleitung und die kann ich auch mal im internet suchen eine software gibt es dafür nicht die kann man irgendwie extern irgendwo downloaden fragt mich nicht wo ich habe es versucht ich habe von irgendeinem anderen ladegerät mal eine genommen das usb kabel dafür kann man auch irgendwie externe stellen ich habe aber keines gefunden fragt mich nicht wieso ja also wenn ihr so ein ding kaufen wollte sind für mich reicht das hier ich will ja jetzt sind ich hier nickel metall hydrid akkus darf ich weiter machen gut ich werde jetzt hier nicht nur nickel metall hydrid akkus machen sondern auch diese einzelnen akkus aber das könnte ich alles über das netzteil machen was ich machen will sind diese akku pack mit balancing 6s ist schon mal ganz gut hat das andere auch nicht gehabt ich habe hier noch einen akkuschrauber wo ich so einen akku drin habe den ich mir mal gemacht habe mit balancing anschluss den schlagschrauber den ich mal gezeigt habe da habe ich ja auch erstmal mit balancing anschluss ich habe jetzt die batteriemanagement dieses batteriemanagement die bms dafür habe ich jetzt nicht gekriegt war irgendwie ausverkauft keine ahnung und die anderen die ich gefunden habe die waren mit zu teuer in anführungsstrichen aber das kann ich auch hier drüber machen ist egal und wenn du hier ein lüfter läuft er läuft ein lüfter ich habe den jetzt umgedreht muss noch die schüße wieder ran kleben ist gut also ich verlinke es unten rein es ist ein kleines ding es geht hier von 11 bis 18 volt 18 volt also auch wenn ich mal im garten bin und dann der solaranlage oder was man akku laden will dann kann ich das auch hier drüber machen ist okay das imax b6 was ich habe diesen klonen großen würde auch gehen der hat hier auch einen anschluss aber weiß ich jetzt nicht ob auch 11 bis 18 oder 20 volt aber mit dem balancing anschlüssen die sind hier so ein bisschen speziell spezieller sagen wir mal so muss man hier können wir gucken ich glaube dass hier oben ist 2s 3s 4s 5s 6s oder so oder umgekehrt 5s 6s muss man immer die stecke hier haben das ist glaube ich wie heißen die dinge jst stecker oder sowas keine ahnung die denn da rein passen bei dem hier das ist in einer reihe durch ich glaube das fängt auf der seite an und geht dann darum man kann hier eben so anschließen ich muss noch mal ganz genau gucken wie das geht mit dem dinge aber ich habe schon ungefähr im kopf wie das geht 6s ist dann müsste das ja plus eine zelle zweite zelle dritte zelle vierte zelle fünfte zelle sechste zelle und das ist minus ja genau ja das eigentlich standard passt eigentlich also ich habe es mir jetzt besorgt ich wollte euch nochmal zeigen ja video ist wahrscheinlich wieder extrem lang geworden scheiße ich drauf ihr kennt mich ich laber viel ich zeige auch viel ich versuche viel zu erklären was ich so denke ob es richtig ist müsst ihr selber entscheiden und ob wir so ein ding auch haben wollt müsst ihr auch selber entscheiden also ich finde das ding recht niedlich das ist so so eine handvoll ladegerät okay ich danke fürs zugucken und bis zum nächsten mal und wenn derjenige für seine kiste noch zugucken sollte ich mache das jetzt ziemlich fertig hatte keine zeit gehabt so viel stress im moment mit arbeit morgens mittags abends man ist da von 8 bis abends 22 23 uhr in der firma oder in der gaststätte sagen wir es mal so keine zeit und nix ich gucke immer nur zwischendrin mal bei bei dings rein ich habe gar keine zeit zu schreiben und nix aber du kriegst ein teil noch mache ich jetzt die tage fertig im moment ich glaube jetzt nächste woche wird es ein bisschen ruhiger mache ich jetzt fertig mit dem preis schreibe ich dir dann noch dann schicke ich dir das ding zu keine angst du kriegst es auf alle fälle okay tschüssi